The Bridge ist eine typisch italienische Geschichte, die von wertvollen Materialien und erfahrenem Handwerk handelt und die vor über 50 Jahren in einer kleinen Florentiner Ledermanufaktur begann. Sie erzählt von natürlicher, zeitloser Eleganz und von einer naturverbundenen Seele, die durch das vegetabil gegerbte Leder verkörpert wird. Dieses Leder ist zur Ikone geworden und identifiziert seit 1969 die Taschen und Accessoires von The Bridge, das berühmte toskanische Rindsleder. Dass unsere Taschen so einzigartig macht, wird in Gerbereien der Region nach jahrhundertealten Traditionen verarbeitet. Die heute werden gewaschen, getrocknet und in Fässern mit vegetalen Tanninen gegerbt, die von der Mimose und von den Rinden der Eiche, Kastanie, Tanne und Akazie stammen. Die Tannine verändern die Natürlichkeit des Leders nicht. Zeugnis hierfür sind seine kleinen Unvollkommenheiten, die jedoch keinen Mangel darstellen. Zum Abschluss wird das Leder von Hand mit in Anilin getränkten Wolltüchern betupft. Es handelt sich um ein aromatisches, farbloses Gemisch, das Abdrücke und andere Unvollkommenheiten nicht verbirgt, sondern die optische Tiefe und Transparenz des Leders erzeugt, die so charakteristisch für The Bridge sind.